Ja und damit ein herzliches Willkommen zurück mit den Baureihe 99 32 Freak und somit schon zur dritten Folge der Bäderbahn Molli in Spur NM. Ja und wie ankündigt heute der dritte Wagen und somit auch der bisher letzte Wagen und ja Ende August, Anfang September kommt ja dann der vierte Wagen, aber jetzt widmen wir uns erstmal dem letzten Wagen, den ich bisher habe. Also ja und das ist ja diesmal ein normaler Reko Personenwagen mit Traglastenabteil und mit diesem Holzdach, wo der Unterschied da ist gegenüber dem Stahldach, wie es der Gepäckwagen und der Salonwagen hat, zeige ich dann im Anschluss des Videos auch nochmal. Ja wie gesagt mit Traglastenabteil daran zu erkennen an dieser Anschrift hier für Traglasten, sprich für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer und ja der hat die Bauer, der Wöhl, der Wagen hat die Nummer 990 304. Ja das ist halt ein normaler Reko Wagen mit einem Holzdach, der ist halt ein bisschen, das Häuser ist ein bisschen flacher und ist halt hier unten, das geht halt so schräg nach unten. Wie gesagt, ich zeige dann nochmal den Unterschied gegenüber den anderen Wagen. Ansonsten zum Wagen selber, zu der Gestaltung ist wieder sehr gut gemacht, wie gesagt man erkennt, dass es 3D-Druck ist, aber ansonsten vom Lack her und von der Lesbarkeit alles super. Auch hier wieder und auch hier wieder mit dieser Leitung fürs Licht, ist sehr gut gemacht, dann halt die Bühne und die Kupplung, ich kann euch nochmal die Kupplung zeigen, die habe ich ja bei den anderen Beinwagen noch nicht gezeigt. Also so sieht die Kupplung aus für diese Wagen, hat die Lok halt auch. Ja und von unten halt wie der Salonwagen, ist halt wieder nicht viel anders. Genau, auf der Seite halt dasselbe und auch auf der Rückseite sieht es halt so aus. Und hier sieht man auch wieder, im Gegensatz zum gestrigen Wagen, die anderen Wagen haben das alte Moly-Logo, der Salonwagen hat halt schon das neue. Ja ansonsten, viel mehr gibt es hier auch wieder nicht zu sagen, es ist halt wie gesagt wie die anderen Wagen. Nur halt wie man jetzt hier auch sieht, der hat ein Fenster mehr, beim anderen, beim Salonwagen war es ja verdeckt. Genau, ja das wäre es eigentlich schon wieder zu diesem Wagen. Ja ich denke mal zur Verpackung muss ich auch hier nichts sagen. Genau dasselbe mit das Historische halt zum Wagen und dann halt wieder die Anleitung generell, was man zu beachten hat, bla bla bla. Was wir ja schon in den letzten beiden Videos hatten. Ja, und widmen wir uns jetzt einfach mal dem Unterschied von dem Holzdach zum Stahldach. Ich denke mal so sieht man den Unterschied auch schon etwas. Auf alle Fälle wie gesagt, die Dächer sind erstens höher. Das Dach ist erstens höher und wie gesagt, hier geht es nach unten abgerundet und hier ist es ja so abgetrennt. Also ja, man sieht den Unterschied zu den Dächern. Also das ist der Unterschied zwischen einem Stahldach und einem Holzdach beim Olli. Und dass ihr das jetzt auch wisst. Genau. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Noch ein bisschen kürzer als gestern, aber ja, es ist halt nur die Vorstellung zu den Wagen. Mehr ist ja nicht zu sagen. Ja, und dann würde ich wirklich sagen, das war es schon wieder mit dem heutigen Video und auch mit dem dritten und letzten Wagen. Im nächsten Video, was dann jetzt die Tage kommen wird, werde ich dann endlich die Anlage zeigen, was ich schon mal vorweg nehmen kann. Wie gesagt, die Anlage, also jedenfalls, was ich nachbilde von der Molli-Strecke ist den Bahnhof Heiligendamm und den Haltepunkt Steilküste. Und wie gesagt, damit beschäftigen wir uns im nächsten Video und zeige euch alles, wie weit die Anlage bisher ist, was da noch drauf zukommt. Und genau, ja, dann würde ich sagen, war es das wieder mit diesem Video und bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, dann sage ich Ciao mit V, euer Baureihe 9932Freak.